Servus Leute, was geht und willkommen zu diesem ganz, ganz, ganz besonderen Video. Ich habe es ja die letzten Tage schon angekündigt, diese Woche passiert etwas ganz Besonderes bzw. ich kann euch endlich zeigen, woran wir das letzte halbe Jahr bzw. auch länger intensiv gearbeitet haben. Und zwar will ich euch gleich verraten, was wir denn da gemacht haben. Es wird nämlich sehr, sehr cool für alle, die natürlich Fußballschuhe lieben oder auch auf der Suche sind, habe ich etwas ganz, ganz Besonderes überlegt, aber ich glaube dazu muss ich mich jetzt erstmal hinsetzen. Ja, ihr wisst ja, das Thema Fußballschuhe hat mich schon immer extrem begeistert und auf diesem Kanal geht es ja quasi rund um genau dieses Thema. Wir wollen ja der Fußballschuhkanal Nummer 1 sein und mir ist in der Vergangenheit eine coole Idee gekommen und zwar eine, kann man sagen, Geschäftsidee, eine Marktnische ums Thema Fußballschuhe. Ich habe mir etwas sehr, sehr Cooles überlegt und gemeinsam mit einem Kumpelgröße raus an Benne haben wir das Ganze dann auch quasi technisch umsetzen können. Ich weiß noch nicht genau, wann ich das jetzt verraten soll, aber ich glaube, wenn ich jetzt drum herum rede, wird es auch langweilig, deswegen kann ich es euch jetzt direkt sagen. Und zwar haben wir eine Webseite für Fußballschuhe entwickelt, aber keine normale, sondern auf dieser Webseite. Ich erkläre euch das gleich im Detail. Könnt ihr herausfinden, welcher Fußballschuh passt denn jetzt eigentlich zu meinem Fußstück, zu meinem Spielstil, zu meinen Vorlieben mit den Marken, sprich, ihr habt die Möglichkeit auf dieser Webseite, indem ihr Fragen quasi beantwortet, bekommt ihr am Ende eine Auswahl von Fußballschuhen, die genau zu euch passen. Das erkläre ich euch gleich weiter. Wir haben aber auch noch weitere Sachen, zum Beispiel Sales, News und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben jetzt quasi eine Webseite gemacht rund ums Thema Fußballschuhe, um quasi für euch auch online eine Beratung zu machen. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch gleich mal auch, welcher Fußballschuh quasi zu meinem Fußstück passen wird. Das erkläre ich euch gleich. Außerdem natürlich auch die Sales und Deals of the Week. Also seid gespannt. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Da steckt sehr, sehr viel Arbeit drin. Den Link zur Webseite findet ihr natürlich unten in der Beschreibung. Die nennt sich nämlich dein-fußballschuh.de. Für alle, die es jetzt nicht abwarten können, da vorbeizuschauen, aber jetzt erkläre ich euch erstmal die Webseite. Sorry, dass ich jetzt nochmal kurz dazwischengrätsche. Ich wollte noch kurz die Info geben, am Ende vom Video gibt es ein richtig, richtig geiles Gewinnspiel. Und zwar könnt ihr euren perfekten Fußballschuh gewinnen. Sprich, wir bezahlen für euch einen Fußballschuh eurer Wahl. Also bleibt dran, es lohnt sich. Also Leute, jetzt, ich würde sagen, wir gehen mal direkt auf die Fußballschuh-Seite. Ich blende euch das gleich als Green-Video ein, aber da steckt sehr, sehr viel Arbeit drin. Und wir sind auch sehr, sehr stolz, dass wir das endlich präsentieren können. Ich bin sehr, sehr gehypt auf eure Rückmeldung. Ich will natürlich, dass ihr quasi gleich in den Kommentaren auch mal euer Feedback macht und welcher Fußballschuh denn zu euch passt. Das könnt ihr ganz einfach rausfinden. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal mit der Komponente an. Und zwar mache ich das jetzt mal kurz als Screen-Video. Ich hoffe natürlich, mir schreibt jetzt keiner. Also wie gesagt, die Fußballschuh-Seite heißt dein-fußballschuh.de Finde heraus, wie ein Fußballschuh zu dir passt, anhand Fußballsposition, Spielertübe und so weiter. Man muss nicht immer alles ausfüllen, aber desto mehr man ausfüllt, logischerweise, desto genauer das Ergebnis. Wir machen jetzt mal meine Vorlieben. Jetzt kommt die erste Frage. Was für eine Fußform besitzt du? Ich habe mittlere Füße. Weiter. Was ist deine Position im Spielfeld? Ich habe Mittelfeld gespielt. Was für ein Spielertüpp bist du? Skiller, also Spielmacher, Skillertrippler, Treueger, Abräumer, keine Angaben. Sprich, ihr könnt hier auch schon sagen, nee, ich spiele unterschiedliche Positionen, beziehungsweise möchte ich da nicht festlegen. Dann könnt ihr natürlich bei keiner Angaben das Ganze drin lassen. Ich würde mich eigentlich als Skiller und Trippler bezeichnen. Aus welchem Material soll das sein? Synthetik, Textil, Leder, aber keine Angaben. Da bin ich relativ frei, deswegen lasse ich keine Angaben. Möchtest du eine bestimmte Marke, und da könnt ihr quasi es auswählen. Okay, ich will immer Adidas Fußballschuhe, deswegen klicke ich jetzt hier beispielsweise auf Adidas oder Puma. Beliebig heißt, das sind dann quasi Nike, Adidas, Puma, Randeammer, und Bono, Balance und Mitsumo. Wir haben nämlich alle aktuellen Fußballschuhe drin. Das heißt, ihr findet hier wirklich die beste Auswahl. Ich mache mal das Ganze beliebig einfach zu zeigen, dass er mehr im Ergebnis ist. Dann klicke ich auf Schuh finden. Und jetzt zeigt es mir an, diese Modelle passen zu dir. Nike Superfly, Nike Vapor, mein Lieblingsfußballschuh. Sprich, es stimmt tatsächlich. Dann haben wir noch den Adidas X, den Adidas Nemesis, Adidas Copa, Nike Phantom Vision, Andama Magnetico, und die Balance Firm und so weiter. Das ist quasi jetzt eine relativ geringe Fragebeantwortung. Deswegen kommt natürlich auch mehr Schuhe zum Einsatz. Wir können das gleich noch ein bisschen zentriere machen. Sprich, wenn ich jetzt den Nike Vapor haben will, haben wir hier auch direkt quasi alle Preismodelle. Das Elite-Modell, das Pro-Modell Academy und Club-Modell. Sprich, ihr könnt auf der Webseite auch direkt die Fußballschuhe finden, die zu euch passen. Das ist ein sehr, sehr guter Preis. Ihr seht hier zum Beispiel den Vapor. Der kostet normalerweise 219 Euro. Er zahlt 17 Euro. Und gibt es hier bereits ab 154 Euro. Genauso das Pro-Modell schon ab 83,33 Euro. Dann könnt ihr quasi auf zum Angebot klicken und kommen dann bei Amazon oder Sport2000 raus. Wir haben quasi immer geguckt, wo sind die Schuhe am günstigsten und haben das dann quasi reingepackt. Dann gehe ich auf meine Größe und kann das Ganze über Amazon und über Sport2000 ganz einfach bestellen. Und wenn es nicht passt, die das zurückschicken. Sprich, das ist alles sehr, sehr simpel. Wir haben quasi die Idee gehabt, dass die Online-Beratung ja bei den Fußballschuhen ein bisschen schwierig ist. Und wenn ich wirklich weiß, welcher Schuh passt jetzt eigentlich zu mir. Und ich kann euch auch sagen, ich bekomme aktuell auf Instagram pro Tag über 100 Nachrichten. Also bei mir steht auch immer mehr als 99 Anfragen. Sprich, es ist sehr, sehr schwierig, jedem zu antworten. Die meisten Fragen sind natürlich immer, welcher Fußballschuh soll ich mir als nächstes holen? Spiele im Mittelfeld, habe schmale Füße. Da haben wir uns quasi was sehr, sehr Cooles überlegt, um euch einfach zu zeigen, welcher Fußballschuh passt jetzt eigentlich zu mir. Ich würde sagen, ich mache jetzt gleich mal nochmal Auswahl, wo ein bisschen zentrierter ist, wo ich quasi auch eine Marke angebe. Dann seht ihr, da kommen weniger Ergebnisse. Sprich, desto mehr ihr offen lasst, desto mehr Auswahl habt ihr natürlich logischerweise. Deswegen machen wir das Ganze jetzt nochmal. Und zwar Start. Ich habe dieses Mal schmale Füße. Ich spiele im Sturm. Ich bin Torjäger. Und ja, Urbarmaterial ist mir immer relativ egal, aber diesmal möchte ich nur Nike-Schuhe finden. Sprich, jetzt habt ihr drei Schuhe von Nike. Der Superfly, der Vapor und der Phantom Venom passt jetzt genau quasi so weit. Aber Leute, das war tatsächlich noch nicht alles von der Website. Wir wollten hier wirklich ein Komplettpaket für Fußballschuhe finden. Deswegen, wenn wir jetzt zum Beispiel mal oben aufs Menü klicken, haben wir auch noch die Kategorie Sales. Ich klicke da mal drauf. Das Coole ist jetzt hier, jetzt lädt natürlich mein Internet sehr, sehr langsam. Also wir klicken jetzt hier oben auf Sales. Jetzt lädt auch das Internet. Und zwar haben wir hier immer quasi die reduzierten Fußballschuhe. Heißt nicht, dass die nicht so gut sind, sondern wir haben hier wirklich Top-Modelle und haben da quasi rausgesucht, zum Beispiel bei Sport 2000, welche Schuhe sind genau, welche Schuhe lohnt es sich quasi gerade zu kaufen, welche sind jetzt reduziert. Wir haben hier auch mal vier Deals auf der Weg, das sind quasi Fußballschuhe, die sich besonders lohnen. Beispielsweise der Puma Future 5.1 haben wir aktuell in Größe 40, 41, 240, sprich in allen Größen, die man eigentlich bei Puma kennt. Statt 199 Euro gibt es den Ganzen für 119 Euro. Sprich, er spart 80 Euro an diesem Fußballschuh. Oder den Nike Superfly 7 in Größe 41 haben wir für 149 Euro statt 279 Euro, sprich fast die Hälfte reduziert. Der Adidas Predator, das interessiert wahrscheinlich auch viele, haben wir hier für 219 Euro normalerweise. Und bei uns findet ihr den Schuh schon ab 144 Euro. Spart da auch nochmal ordentlich Geld. Frisch rausgekommen, der Puma Ultra, der kam erst von der letzte Woche raus. Und wir haben den jetzt schon für 70 Euro günstiger im System, für 127,99 Euro. Könnt ihr quasi bei den Deals auf der Weg schon sehen, okay, krass, was gibt es hier? Natürlich haben wir auch noch quasi die Academy-Modelle, die Pro-Modelle. Und dann kann das Ganze nach Größe sortieren. Das ist natürlich auch sehr, sehr praktisch. Ich würde sagen, ich gehe jetzt mal auf meine Größe. Ich gehe mal auf 42. Dann haben wir aktuell, das ist auch ein sehr, sehr geiles Angebot, und der Nike Superfly 6 CR7 gibt es aktuell für die Hälfte des Preises. Genauso hier nochmal 474 für 279. Das Academy-Modell ist 20 Euro günstiger. Die NEMA-Variante haben wir beispielsweise auch. Hier nochmal der Future für 80 Euro. Hier, extrem cooles Angebot. Sprich, ihr seht, ich feiere das Ganze. Der frisch rausgekommene Puma Future 6.1, den gibt es erst seit drei Tagen, haben wir schon 80 Euro billiger. Das kann man sich fast nicht vorstellen. Da könnt ihr quasi immer zum Angebot klicken und kommt dann dementsprechend auf der Seite raus, der den Schuh quasi gerade anbietet. Wir arbeiten hier mit Sport 2000 zusammen. Die haben da sehr, sehr gute Preise. Sprich, es lohnt sich hier auf jeden Fall mal in der Sales-Kategorie durchzuschauen. Das war es tatsächlich immer noch nicht von der Webseite. Ich mache hier nochmal ein letztes Screen-Video, weil wir wollten, wie gesagt, das Komplettpaket zum Thema Fußballschuh bringen. Sprich, wir haben hier auch noch eine Abteilung, die nennt sich News. Ich klicke da mal drauf. Da bekommen wir quasi die Infos, welcher Fußballschuh kam denn gerade raus, wie passt er, welche Passkomm hat er, wie viel kostet er, wann ist er denn verfügbar. Zum Beispiel haben wir hier einen Blogbeitrag über den Andreas X Ghosted, über den Nike Phantom GT, beispielsweise auch über Lionel Messi bei Nike. Kennt ihr aus den Fußballschuh-News, den Superfly oder auch den Predator. Kommt quasi immer die News, was passiert gerade im Bereich der Fußballschuh. Wir klicken hier mal auf den Andreas X Ghosted. Dann habt ihr quasi einen Blogbeitrag, wo ich zeige, was tut sich denn gerade in der Welt der Fußballschuh. Habt auch das YouTube-Video verlinkt. Könnt ihr quasi direkt drüber zum Review und euch dann den Fußballschuh über die Seite natürlich auch bestellen. Sprich, ihr werdet hier natürlich perfekt informiert, welcher Fußballschuh passt zu mir, welcher ist gerade günstig und was tut sich in der Welt der Fußballschuh. Da haben wir auf jeden Fall versucht, ein Komplettpaket für euch zu bauen. Also ihr seht, Leute, ich bin sehr, sehr stolz auf diese Webseite. Wir haben da sehr, sehr viel Kosten und Mühe in diese Webseite investiert. Deswegen hoffe ich natürlich, dass es für euch auch dementsprechend gut ankommt. Ich erkläre jetzt ganz noch, äh, ich erkläre jetzt nochmal, wie das quasi funktioniert. Und das Coole ist nämlich quasi, dass ihr uns damit unterstützen könnt, sprich meinen YouTube-Kanal, wenn ihr dort einen Fußballschuh über die Seite dein-fußballschuh.de kauft. Der Preis bleibt für euch gleich, sprich, beziehungsweise sogar günstiger. Nur, dass ich ein Teil dieses Geldes quasi bekomme, eine Provision für den Verkauf. Sprich, wenn ihr euch Fußballschuhe holt, würde es mir natürlich sehr, sehr liebedeutend, wenn ihr das quasi über dein-fußballschuh.de macht. Das Coole ist nämlich, wie gesagt, der Preis ist für euch sogar besser als normal und ich bekomme einen Teil davon, sprich, um den Fußballschuh-Kanal natürlich nochmal nach vorne zu bringen. Ich werde das Geld definitiv nicht per privaten Zweck benutzen, sprich, die zahlen wir das auch nicht aus, sondern es läuft 100% im YouTube-Kanal, sprich, wir holen uns die neuen Schuhe, um dann schneller Reviews zu machen und auch zu mehr Fußballschuhen, weil ihr wisst, Leute, ich musste auch sehr, sehr viel Geld ausgeben, um die Fußballschuh quasi zu bekommen, sprich, damit könnt ihr mich sehr, sehr gerne und sehr, sehr gut unterstützen. Falls ihr Lust drauf habt, würde es mich natürlich mega freuen. Ich habe euch auch noch Anfang des Videos versprochen, es gibt ein Gewinnspiel und zwar haben wir uns zum Start von dein-fußballschuh.de überlegt, was sehr, sehr cool ist. Und zwar sehr, sehr simpel. Ihr habt die Möglichkeit quasi einen Fußballschuh, der zu euch passt, über die Webseite quasi im Midget, zu gewinnen. Das Ganze funktioniert so, und zwar checkt dir mal den Link aus zu dein-fußballschuh.de in der Beschreibung. Da gelangt ihr quasi auf die Seite, führt das Ganze dann einmal durch, um zu gucken, welcher Fußballschuh passt denn eigentlich zu mir. Lasst dann einen Kommentar da mit eurem Favorite-Modell aus eurer Auswahl und unter allen Kommentaren verlosen wir quasi einen, der genau diesen Fußballschuh bekommt. Falls ihr euch sogar den Fußballschuh dann direkt bestellt, habt ihr die Möglichkeit, gleich doppelt im Lostopf drin zu sein, sprich ihr habt die doppelte Chance zu gewinnen, dann werden wir euch natürlich den Geldwert einfach zurückerstarten, sprich ihr bekommt den Fußballschuh dann einfach for free. Wie ihr seht, Leute, ich bin sehr, sehr stolz auf diese Seite und wir haben sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt. Deswegen bin ich jetzt extrem gespannt, was ihr denn zu dein-fußballschuh.de sagt. Lasst mal Feedback in den Kommentaren da. Wir wollten euch, wie gesagt, damit helfen, den perfekten Fußballschuh für euch zu finden, zu einem Top-Preis. Deswegen bin ich sehr gehypt, was ihr zur Fußballschuh-Seite sagt. Ich hoffe natürlich, es gefällt euch, weil wie gesagt, da steckt sehr, sehr viel Arbeit drin. Noch als Info, das Gewinnspiel läuft in zwei Wochen und wird dann unter diesem Video in den Kommentaren bekannt gegeben und der Gewinner bekommt auch eine Benachrichtigung, sprich er wird es auch nicht verpassen. Bald wird natürlich auch noch der Fandom Chief tiefer los und falls ihr da Bock drauf habt, habe ich mir überlegt, quasi einmal in der Woche die Deals of the Week vorzustellen hier auf dem Kanal, quasi für all die Fußballschuhe gerade suchen, können wir zeigen, welcher Fußballschuh ist gerade in dem und dem Bereich sehr günstig und lohnt sich am meisten. Jetzt bin ich erstmal gespannt, was ihr denn zur Seite sagt. Lasst gerne mal Feedback in den Kommentaren da. Ich hoffe, wie gesagt, dass es euch gefällt, steckt sehr, sehr viel Arbeit drin. Ich bin sehr, sehr gehypt, kann es nur oft genug sagen, was ihr zur Seite sagt. Deswegen schaut gerne mal vorbei. Bin gespannt. Bis dahin, nicht vergessen, abonnieren, Glocke aktivieren, macht es gut, bleibt sportlich, haut rein und ciao.